Es ist etwa 5 Grad gefühlt, ist es viel weniger. Die Sicht ist wunderbar. Ein ganz schöner Flecken im Hintergrund sehen wir den Dunersee, Eiger, Mönch, Jungfrau, Blümelisalp, Miesen, Stockhorn bis über das dann zum Gantrisch geht. Gleichzeitig ist der Sonnenuntergang. Ich werde doch ein paar Impressionen mit in die gute Stube geben. Im Moment scheine ich fast der einzig Wahnsinnig hier zu sein. Mir gehört es vielleicht meiner Stimme noch. Es ist relativ frisch, zügig und nicht zu sagen arschkalt. Aber ...